Sie haben genau das umgesetzt, was im Vorfeld besprochen wurde. Hansi, ich bin gespannt auf deine Zusammenfassung. Sie stehen kompakt, Sie sind so lege, Sie stehen sicher, wenn du selbst da noch triffst. Na klar, dann bist du Sieger. Unsere Live-Übertragung an diesem Abend geht so langsam aber sicher zu Ende. Was mir noch bleibt, ist mich bei meinem Kollegen Hansi Küpern zu bedanken. Ebenfalls herzlichen Dank, Marco. Ebenfalls herzlichen Dank. 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 Ebenfalls herzlichen Dank.